Diese verdammte Krise nimmt ja nicht mal mehr Rücksicht auf Weihnachten und langsam, das wird Ihnen auch aufgefallen sein, geht ja fast Panik um. Die Menschen horten schon Lebensmittel und hier im ZDF, da gibt es Kochtipps, die man sich so vor ein paar Monaten noch nicht hätte vorstellen können. Können wir erstmal gratulieren, unsere Kollegin Nadine Krüger ist Mutter geworden, Len heißt der Kleine, 4690 Gramm schwer. Du kriegst eine ganze Familie davon, oder?